Herzlich Willkommen bei CEF Unboxings und der Superhelden-Blockbuster Batman vs. Superman Dawn of Justice ist für das Home Entertainment erschienen in der sogenannten Ultimate Edition, die eine 30-minütige längere Fassung sowie 2 Stunden an Bonusmaterial beinhaltet. Und ich möchte euch jetzt die Blu-ray 3D Version sowie die 4K Ultra HD Blu-ray des Films vorstellen. Fangen wir mit der 3D Blu-ray an. Von vorne sieht das Ganze so aus, das Cover gefällt mir richtig gut, vor allem mit dem Wendekover, das ich bereits eingesetzt habe, sieht das einfach richtig klasse aus. Wir haben hier lediglich den Batman vs. Superman Dawn of Justice 3D Schriftzug mit Ultimate Edition zusammen und das DC-Logo drauf. Und hier unten, finde ich ein bisschen unnötig, ist hier nochmal der Hinweis drauf, Kinofassung als Blu-ray 3D, Xenet Cut und Kinofassung als Blu-ray. Das heißt quasi, dass nur die Kinofassung in 3D verfügbar ist und nur der Ultimate Card, der Ultimate Card ist nur in 2D verfügbar. Das Cover gefällt mir richtig gut, man hat sich hier für das IMAX-Poster entschieden und ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut hier, auch ganz groß mit dem Batman vs. Superman Zeichen, wie sich die beiden gerade konfrontieren. Sieht richtig klasse aus. Auf dem Spin haben wir, wie das immer so ist, das Blu-ray 3D-Logo, Warner, DC und Blu-ray-Logo. Das neue DC-Logo hat man hier auch gleich verwendet, das finde ich richtig cool. Und hier nochmal der Schriftzug. Hinten drauf haben wir dann hier die Beschreibung für die Ultimate Edition, quasi ganz normal die Infobeschreibung. Wir haben einiges an Specials mit dabei, über zwei Stunden. Da wären dann die Vereinigung der Superhelden, ein Blick in die Zukunft der tapferen neuen DC-Kinohelden, Götter und Menschen, ein Treffen der Giganten und einiges anderes. Gibt auf jeden Fall auch schon einen kleinen Ausblick auf die Justice League, finde ich sehr cool. Hier nochmal die Infos, was man braucht, um den Film in 3D erleben zu können, finde ich sehr schade. Dass das hier trotz des Wendekovers noch mit drauf ist, denn oftmals war es ja auch so, dass dort das Wendekover, diese Info, auch verschwunden ist. Die Kinofassung ging ja 51 Minuten und der Ultimate-Karte beträgt dann noch insgesamt 182 Minuten, also über 31 Minuten länger. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Da haben wir als erstes den Digital-UV-Code. Den zeige ich euch jetzt gleich mal, denn ich habe hier bereits einen Code von der 4K Blu-ray. Und wer den sich als erstes unter den Nagel reißt, würde ich jetzt mal sagen, der kann den Film dann auf dem Tablet, Smartphone oder auf dem PC genießen. Wir haben hier auch Werbung für Suicide Squad, klar, der zweite DC-Film dieses Jahr. Und hier sehen wir nochmal das Wendekover. Die Discs sind schlicht gehalten, schwarz und dann das Logo sieht aber eigentlich richtig cool aus. Nachdem wir auch hier nur unten ein paar Logos haben, ist das schon noch ein schöner Kontrast auf den Discs. Und das hier ist die 3D-Blu-ray, die Blu-ray und die Bonus-Disc. Besser gesagt, das ist die Kinofassung und das ist die Ultimate Edition, genau. Und leider sind die Discs alle gleich designt. Da hätte man sich vielleicht auch was anderes einfallen lassen können. Verstehe ich natürlich, dass es so einfacher gewesen ist. Aber wäre natürlich auch eine coole Sache gewesen. Ansonsten ist die 3D-Blu-ray natürlich was ganz Schlichtes. Wir haben hier die Blu-ray-Armary-Hülle. Insgesamt muss ich aber sagen, dass man sich ein schönes Cover-Motiv rausgesucht hat. Und insgesamt sieht das Ganze echt cool aus. Jetzt sehen wir uns noch die 4K-Blu-ray an. Und da seht ihr gleich, wir haben ein komplett anderes Cover. Das finde ich richtig klasse. Denn früher war es ja mal so, da hatten DVD, Blu-ray, Blu-ray, 3D, alle dasselbe Cover. Was immer ziemlich langweilig ist. Und hier hat man sich für ein komplett anderes Cover entschieden. Mit Wonder Woman ganz vorne drauf. Finde ich richtig witzig. Sie ist zwar eigentlich nur ungefähr 10 Minuten im Film. Aber sie stiehlt halt allen die Show. Und somit hat man sich gedacht, machen wir sie einfach ganz vorne drauf. Wir haben hier das Batman vs. Superman Dawn of Justice Ultimate Edition. Den Schriftzug in die Mitte gemacht. Und Superman, Batman, das Logo nach hinten. In den Hintergrund versetzt. Finde ich sehr cool. Auch natürlich mit Wendekover. Hier oben noch die Info 4K Ultra HD plus Blu-ray. Wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, das hier noch stehen zu lassen. Denn hier oben haben wir auch noch das Logo von der Amari. Aber gut. Schauen wir uns den Spin an. Da haben wir das Ultra HD Blu-ray Logo. Den Batman vs. Superman Schriftzug. Und natürlich auch wieder die DC und Warner Logos. Das ist alles genau gleich. Und erwähnenswert ist natürlich auch wieder hier die schwarze Amari. Das ist ja bei dem 4K Blu-ray Standard. Finde ich richtig cool. Von hinten ist das Ganze auch ein wenig anders. Hier haben wir quasi das Motiv dann mit abgebildet. Was bei der 3D Blu-ray vorne mit drauf war. Finde ich eine coole Sache. Hier noch eine Info. Zur Ultimate Edition eben die 30 Minuten Zusatz. Sonst ist die Info das gleiche. Auch die 2 Stunden Specials. Die Laufzeit natürlich auch komplett gleich. Und hier ist dann die Info, was man braucht, um den Film in 4K leben zu können. Dann machen wir das Ganze mal auf. Da haben wir dann wieder den UV-Code, den ich ja bereits eingelöst habe in meinem Flickstar-Account. Wieder die Suicide Squad-Werbung natürlich. Und die Discs sind auch gleich, bis auf, dass es hier halt sich um die 4K Blu-ray Version des Films handelt. Und die Amari halt in schwarz. Das war es eigentlich schon mit meiner kleinen Vorstellung. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass sich das 3D sehr lohnt. Wir haben eine tolle Tiefenwirkung und einen satten Farbeffekt. Beim 4K muss ich ziemlich nörgeln. Denn wir hatten jetzt schon einige tolle 4K-Veröffentlichungen, was Fox anbelangt. Zum Beispiel The Revenant, Der Marsianer oder Deadpool. Die hatten alle ein sehr gutes 4K-Bild. Was aber Batman vs. Superman angeht, da muss ich ziemlich meckern. Denn ich habe jetzt nicht genau feststellen können, wie die Auflösung ist. Aber trotzdem ist mir sofort aufgefallen, dass das Bild ziemlich körnig ist. Und das bei einer vermeintlichen 4K-Auflösung, das sollte normalerweise nicht sein. Da ist es teilweise sogar fast noch bei der 3D-Version erträglicher. Und das ist natürlich dann sehr schade. Beim Preis für momentan 32 Euro. Allgemein halte ich die 4K-Blues absolut überteuert noch. Aber für 32 Euro lohnt sich das natürlich auf jeden Fall nicht. Da würde ich euch empfehlen, greift zur 3D-Brew. Die kostet glaube ich 24 Euro. Und da hat man halt dann wirklich was. Denn da steht nicht nur 3D drauf, sondern da ist auch wirklich ein guter 3D-Effekt drin. Und das war es dann auch schon mit meiner Vorstellung von den beiden Versionen. Es gibt natürlich auch noch ein Steelbook zum Film. Es gibt zwei verschiedene Collectors-Editions. Einmal mit einer Batman, einmal mit einer Superman-Figur. Außerdem ist heute auch noch Man of Steel in 4K erschienen. Und jetzt würde mich auf jeden Fall eure Meinung interessieren. Wie gefallen euch diese zwei Versionen? Für welche werdet ihr euch entscheiden? Es gibt natürlich auch immer noch die normale Blu-Ray. Auf der ist dasselbe Cover drauf wie auf der 4K-Blu-Ray. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.